Mit diesem GSM-Well-Gerät überwachen Sie Bereiche, in denen kein Stromnetz vorhanden ist. Die Stromversorgung erfolgt mit 4 AA-Batterien, so dass Sie die Möglichkeit haben, Baustellen, Lagerhallen und weiteres zu überwachen. Verbinden Sie Temperatursensor, Bewegungsmelder oder Türöffnungssensor mit dem Gerät, zudem natürlich auch weitere Sensoren. Im Alarmfall erhalten Sie eine SMS oder einen Anruf an bis zu 10 Nummern. Des Weiteren können Sie ins Umfeld hineinhören, den integrierten Vibrationsalarm nutzen und die Batterielaufzeit beträgt im Standby bis zu 2 Jahre.